Hallo liebe Fische, willkommen bei Schaum nach Tarot. Ich möchte heute Tarot-Karten für euch legen und mir anschauen, was euch so im Herbst 2024 erwarten könnte. Ja, was habt ihr da vor, was möchtet ihr umsetzen, wie fühlt ihr euch im Herbst und was kommt da auf euch zu? Das schauen wir uns hier gemeinsam mit Tarot-Karten an. Vorerst beginne ich mit Orakel-Karten, diese drei habe ich für euch gezogen. Also, ich habe hier die innere Wahrheit, ja, mit einer goldenen Maske. Das ist halt so, ne, mit der inneren Wahrheit, nach außen hin, die goldene Maske. Mir geht's super, mir geht's fantastisch, im Job läuft es herrlich, ja, die Partnerschaft, ich bin total glücklich. Ja, mir fehlt gar nichts. Oder die typische Frage, wie geht's dir? Ja, also jemand setzt sich hier eine goldene Maske auf und will nach außen hin alles Gold schimmern, darstellen. Es ist aber gar nicht so. Weil wir haben hier auch die Eule abgebildet. Die Eule steht ja für den Verstand. Der Verstand sagt, kontrollier dich nach außen, reiß dich zusammen, zeig keine Schwäche. Aber hier ist ja dieses Fenster geöffnet, wo lauter rote Herzchen rausströmen. Irgendetwas möchte nach außen drängen. Herzenswünsche, echte Gefühle, echte Bedürfnisse. Das will nach draußen. Vielleicht möchtest du auch etwas mitteilen. Deinem Partner, deiner Familie oder auch der ganzen Welt. Weil wir haben hier die Heilung als Folgekarte. Etwas möchte in die Heilung kommen, dadurch, dass es sozusagen aus dir rauskommt. Ja, dass du die innere Wahrheit präsentierst. Kommst du hier in die Heilung oder es wird ein Heilungsprozess gestartet. Bei einigen geht es auch um alte Traumata aus der Vergangenheit. Kann auch schon 10, 20, 30 Jahre zurückliegen. Da ist vielleicht was passiert. Man hat damals die Zähne zusammengebissen, hat gesagt, okay, ich muss das jetzt irgendwie verarbeiten. Ich muss das mit mir ausmachen. Dann ist da so ein Teppich drüber gewachsen und man hat nie wieder drüber gesprochen. Obwohl es vielleicht wichtig gewesen wäre. Und ja, das arbeitet natürlich. Ja, das arbeitet in einem drin. Und hier geht es darum, wie gesagt, etwas nach außen durchdringen zu lassen, um in die Heilung zu kommen. Und hier haben wir den ersten Atemzug, Anfängergeist. Vielleicht brauchst du einen Impuls, ein Zeichen, dass du dich dafür öffnen kannst, dass du das aussprechen darfst. Oder jemand im Außen, eine Situation im Außen könnte hier den Auslöser dafür geben, den Startschuss dafür geben, dass du dich hier öffnest und in die Heilung gehen darfst. Ich schließe aber nicht aus, dass hier auch zum Beispiel dein Partner mit gemeint sein könnte. Ja, du hast einen Partner und du weißt, da gibt es ein Geheimnis, was dieser Mensch mit sich herumträgt, was diesen Menschen auch vielleicht belastet. Und du machst den ersten Schritt, um zu helfen. Kann auch sein. Dieser erste Atemzug kann auch was ganz anderes sein. Nochmal ein separates Thema im Herbst, wo etwas gestartet wird. So, ich schaue mir jetzt mal mit den Tarotkarten an. Wo stehst du denn, lieber Fisch, im Herbst? An welcher Station des Lebens? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Pläne? Wie fühlst du dich? Was ist dein Status? Was ist die Ausgangssituation im Herbst für dich? Acht der Kelche. Ja, Acht der Kelche, das ist der schwere Aufbruch. Ach, das ist ja die innere Wahrheit. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich fühle mich nicht mehr geborgen. Ich fühle mich nicht mehr geliebt. Oder ich fühle die Liebe nicht mehr. Für das, was ich tue. Für die Menschen, die mich umgeben. Es fühlt sich falsch an, hier zu bleiben. Es fühlt sich nicht echt an. Ich fühle mich taub. Ich fühle mich leer. Ja, nichts macht mir Spaß. Egal, was ich probiere. Egal, welches Hobby ich starte. Was ich in meiner Freizeit tue. Ich kann das nicht mehr überspielen. Dass ich hier weg möchte. Dass ich hier weg muss, eventuell. Vielleicht bist du zum Beispiel in einem Job, wo du sehr unglücklich bist. Weil die Chemie mit den Arbeitskollegen passt nicht so richtig. Und du sagst, ich muss den Job wechseln. Ich muss hier weg, weil ich gehe mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Das kann ja so nicht weitergehen. Unterm Deck vier der Stäbe. Es geht um eine Situation, wo du lange Zeit sehr glücklich warst. Das kann auch eine Wohnsituation sein. Dass du dich in deiner eigenen Wohnung, in deinem Haus nicht mehr so richtig wohlfühlst. Dass du da weg möchtest, umziehen möchtest. Vielleicht möchtest du ja sogar die Stadt, das Land verlassen. Vielleicht geht es hier um eine Partnerschaft, eine Ehe. Wo du sagst, ich kann da nicht mehr so weitermachen. Es ist alles fake. Es ist gelogen. Es ist nicht mehr echt. Es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Oder du bist mit deinem Ehepartner nur noch freundschaftlich verbunden. Ihr seid nette Kumpels, die gemeinsam den Haushalt schmeißen und gemeinsam in den Urlaub fahren. Aber ansonsten ist da nichts mehr von Ehemann, Ehefrau. Also irgendwo möchtest du weg? Ich kläre das nochmal, hier mit einem anderen Deck. König der Münzen. Königin der Münzen. Drei der Schwerter. Ja, wir haben hier nämlich das klassische Ehepaar zu liegen. Der König und die Königin der Münzen. Das ist ganz klassisch. Ich bin mit ihr verheiratet. Ja, Mann und Frau. Bitte bei Gleichgeschlechtlichen entsprechend umdenken. Ja. Hier ist eine sehr stabile Energie vorhanden, aber auch eine starre. Die Könige der Münzen können irgendwann so eine gewisse Starrheit anzeigen, dass man jeden Tag das Gleiche macht. Ja, dass man immer wieder alles wiederholt. Da gibt es keine Überraschungsmomente. Es gibt keine Leidenschaft. Es alles orientiert sich nach einer gewissen Struktur, nach einer gewissen Ordnung. Ja, man ist gegenseitig sich verpflichtet. Man erfüllt so seine Pflichten, seine Termine. Ist gewissenhaft, ist hier dem Partner gegenüber auch fürsorglich. Ja, man kümmert sich umeinander. Aber da ist wenig Spielraum. Ja, hier fehlen mir auch die Kelche. Ihr seid ja die Kelchkönige, liebe Fische. Es fehlt so das Gefühl. Es fehlt die Emotion. Und zumindest bis dato fehlt auch die Leidenschaft. Die Stäbe fehlen auch. Wir haben hier eine Königin, die ist umgekehrt gefallen. Der König, der schaut hier rüber zu der Königin. Aber die Königin hat sich ja abgekehrt. Ja, wenn ich die Karte jetzt umdrehen würde. Könnte man meinen, beide schauen sich an. Ja, die Königin startet zwar hier auf diese Münze. Aber man könnte meinen, beide versuchen Blickkontakt aufzunehmen. Die Karte ist aber umgekehrt gekommen. Und die Königin startet hier auf diese drei Schwerter. Ja, drei der Schwerter ist halt Herzschmerz, Kummer. Bei einigen geht es hier um ein Eifersuchtsthema, eine Dreierkonstellation. Vielleicht geht es aber auch darum, dass hier jemand schlechtes Gewissen hat, wegzugehen, fortzugehen, den anderen stehen zu lassen. Weil das ist ja hier schon mit diesen Münzkönigin eine relativ etablierte, langfristige Geschichte. Ja, das kann auch ein sehr langes Arbeitsverhältnis sein. Und man müsste gehen. Aber hier diese drei der Schwerter. Vielleicht auch eine Verletzung. Ja, weil ich habe ja gesagt, die Heilung mit dem Trauma. Möglicherweise ist hier eine Verletzung passiert innerhalb dieser Verbindung. Und das wurde nie richtig aufgearbeitet. Man konnte das nie so wirklich vergessen, verzeihen. Es arbeitet weiter. Vielleicht geht es um eine frühere Affäre, die aber immer noch aktiv ist. Ja. Und man redet da auch so um den heißen Brei. Und eigentlich weiß man, ja, wo der andere abends hingeht. Ja, starke Verletzungen. Heilung. Und hier die Kraftkarte. Ja, die Kraftkarte sagt mir, man versucht hier, das Ganze aufzuhalten. Diesen Prozess des Abschieds der inneren Wahrheit aufzuhalten. Ja, 8-8. Ich reiße mich zusammen. Ja, wir werden das irgendwie schaffen. Die Gefühle kommen ganz sicher zurück. Ich bin momentan einfach nur schlecht drauf. Es liegt an mir. Es liegt nicht an dieser Verbindung. Es liegt nicht an dem Job. Irgendwann wird es schon wieder besser. Aber die Aufforderung ist hier definitiv, ja, dazu zu stehen. Und frei direkt auszusprechen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Was ist denn hier mit diesem König der Münzen? Rat des Schicksals und die Mondkarte. Also der König der Münzen, der streibt sich eigentlich gegen Veränderungen, ja. Das ist jemand, der will das über Jahre, Jahrzehnte genauso beibehalten. Der möchte sein Frühstücksei immer, ja, bei gleicher Minutenanzahl kochen. Das muss alles immer so gewissermaßen konstant ablaufen beim König der Münzen. Und hier haben wir das Rat des Schicksals mit dem Mond. Ja, dieser Mensch spürt auch schon, dass eine Veränderung naht und fürchtet sich vor dieser Veränderung. Dieser Mensch spürt das schon. Ich denke mal, es ist jemand, der hier mit betroffen ist, jemand aus deinem Umfeld, ja. Dieser Mensch merkt, dass sich etwas verändert hat zwischen euch oder innerhalb eurer Verbindung. Und hier ist sehr viel Angst dahinter, dass du tatsächlich gehen könntest, lieber Fisch. Ich denke mal, das bist du. Du möchtest gehen. Genau, hier diese drei Schwerter. Was sind denn jetzt hier diese drei Schwerter? Neu Münzen. Neu Münzen. Neu Münzen und Zehn Münzen. Schon wieder diese Münzenergie. Münzenergie ist relativ starr, ist steif. Da gibt es keine Ausbrüche. Da gibt es keine Leidenschaft. Da gibt es ja eine gewisse klare Ordnung. Zehende Münzen ist halt so diese Hierarchie oder dieses Format innerhalb der Familie oder auf Arbeit, wo jeder seine Pflichten zu erledigen hat. Und man macht nach außen so ein gewisses Bild, ja. Man zeigt nach außen, bei uns ist alles super, bei uns ist alles toll, uns geht es gut, ja. Wir lieben uns alle, wir unterstützen uns, wir haben ein schönes Haus, einen schönen Garten. Neu in der Münzen ist so, ich bin frei, ich mache, was ich möchte. Ich verdiene alleine mein Geld. Ich bin selbstständig. Also irgendwie ist das hier im Kontrast, ja. Vielleicht geht es auch darum, dass hier jemand, ja, einfach mehr Freiraum benötigt. Vielleicht geht es hier um die Finanzen, weil wir haben so viele Münzkarten, dass finanziell irgendwas nicht stimmig ist, dass der eine, ja, meint, er muss hier bestimmen, für was das Geld ausgegeben wird. Ich habe den Eindruck, jemand möchte sich hier aus dieser traditionellen, zehende Münzen, Idylle herausbefreien und seine Ruhe haben. Jemand braucht mehr Freizeit, mehr Freiraum für sich. Ich will alleine auch mal hier rumsitzen im Garten und in Ruhe mein Buch lesen und nicht, dass mich alle mal vollquatschen. Ich will nicht immer nach außen dieses starre Bild darstellen. Das ist fake für mich. Vielleicht geht es hier auch um gesellschaftliche Konventionen, ja. Du kommst aus einem Elternhaus, da waren immer alle verheiratet. Alles hatte eine gewisse Ordnung und wenn du jetzt hier der Eheausbrecher bist, die scheinen lässt, dann, ja, sind alle schwer getroffen, leiden alle. Auch die Mutter, der Vater, die Schwiegereltern, alle leiden dann, geben dir die Schuld vielleicht. Na, was kommt denn jetzt hier auf dich zu, lieber Fisch? Vielleicht hat er das Universum irgendwas für dich vorbereitet. Was machst du dann aus dieser Situation? Jetzt haben wir den Mond hier schon zum zweiten Mal. Und, ja, hier ist Dunkelheit, hier ist Dunkelheit und auch bei diesen acht der Kelchen ist Dunkelheit angezeigt, ja. Der Weg ist dunkel. Wie soll ich diesen Weg schaffen? Wie soll ich diesen Weg beschreiten? Wo komme ich denn am Ende raus, ja, wenn ich diesen Weg hier starte? Und hier haben wir vier der Kelche. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, solange man diese innere Wahrheit von sich wegschiebt, ja, die leugnet, macht gar nichts mehr Spaß. Du wirst zunehmend merken, dass dir nichts mehr Spaß macht, dass dich nichts mehr berührt. Dass du auch Überraschungen und schöne Dinge, kleine Dinge im Alltag nicht mehr wahrnimmst, ja, weil das Herz ist verschlossen. Eigentlich möchte da etwas raus. Ja, der Mond, Geheimnisse. Du machst Geheimnisse, warum du etwas nicht möchtest, warum du etwas ablehnst, warum du vielleicht auch die Gefühle, die Gefühlsbekundungen eines bestimmten Menschen nicht mehr hören kannst. Viel Verwirrung. Also ich glaube, hier dieser König der Münzen, der ist besonders verwirrt darüber, der versteht das nicht. Hier kommt mit diesem Ast der Kelche immer wieder eine Geste der Liebe, eine kleine Überraschung auf dich zu, aber du sagst, nein, schmeckt mir alles gar nicht mehr. Na, wie lange soll denn das weitergehen? Ich kläre das hier mal mit einem weiteren Deck. Wir haben hier einen König der Kelche. Das ist definitiv deine Energie, lieber Fisch. Und die Mondkarte. Beides sind Gefühlskarten, beides sind deine Karten, Mond und auch hier der König. Ja, du trägst ein Geheimnis in dir. Du verheimlichst etwas, was in dir innen vorgeht, teilst du nach außen nicht mit. Und hier die Weltkarte. Der König schaut ja in die Weltkarte und die Weltkarte ist zum einen ein Abschluss, ein Ende. Und danach fängt was ganz Neues an. Zum anderen zeigt die Weltkarte auch immer so dieses, ich möchte mehr. Ich will mehr umsetzen, mehr erleben. Ich möchte, dass sich mein Horizont erweitert. Ihr habt ja gesehen, beim Mischen ist die Karte ja ein bisschen schräg rausgekommen. Ja, es ist so diese Angst vor diesem Ende, was danach kommt. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das umsetzen? Was denken die anderen? Wie geht es dann weiter? Schaffe ich das überhaupt? Da im Schlusspunkt zu setzen. Es ist das Richtige. Und was ist, wenn das das Falsche ist? Dann kann ich nicht mehr zurück. Weil die Weltkarte ist ein endgültiges Ende. Ja, und hier diese vier der Kelche. Dieses, ja, emotionale Verschließen. Etwas nicht annehmen wollen. Ich bin satt. Ich habe genug. Es schmeckt mir nicht. Hier sehe ich sowas wie eine Ablenkung. Ja, hier könnte die Tendenz dazu bestehen, sich vielleicht auch mit Materiellem zu füttern. Wir haben ja ganz viele Münzkarten. Sich immer wieder, ja, mit Shopping-Exzessen abzulenken. Immer wieder neue Klamotten zu kaufen. Die Wohnung zu renovieren. Noch ein fünfter Urlaub am Strand. Ja, in der Hoffnung, dass dieses diffuse Gefühl der Flucht, ja, weggehen zu wollen, vielleicht von alleine verschwindet. Also auf der Gefühlsebene stimmt hier etwas definitiv nicht, liebe Fische. Das, was ihr hier präsentiert bekommt, schmeckt euch nicht. Wollt ihr nicht? Ihr fühlt euch dann nicht wohl? Möglicherweise sucht ihr hier nach Alternativen. Ihr wollt was ganz anderes mit dem ersten Münzen. Vielleicht habt ihr das ja schon heimlich in Vorbereitung, ja, zum Beispiel unzufrieden im Job. Und, ja, heimlich Bewerbungen geschrieben, sich woanders beworben. Und da winkt vielleicht eine neue Chance, da irgendwie durchzustarten. Der erste Atemzug. Vielleicht ist das hier der erste Atemzug. Eine Chance, eine Möglichkeit von außen. Sowas wie ein Türöffner. Um da rauszukommen. Um endlich mal die innere Wahrheit zu leben. Ich lege mal hier ein paar Karten auf dieses erste Münzen. Was ist das hier? Schon wieder vier der Kälte. Schon wieder vier der Kälte. Also ist ihr das sehr stark hier als Ablenkung. Ihr versucht euch hier irgendwo immer wieder abzulenken. Damit dieses lästige Gefühl weg geht. Und damit diese Einsamkeit nicht gespürt werden muss. Fünf der Münzen. Das ist so, ich werde alleine zurückgelassen. Ich bin einsam. Keiner will mich. Keiner unterstützt mich. Ja, die Karte ist umgekehrt gekommen. Also das sieht mir hier sehr stark nach Verdrängung aus. Hier mit diesem ersten Münzen. Also ich sehe hier so die Tendenz. Anstatt das Problem bei der Wurzel zu packen, wird der Zahn immer wieder betäubt. Ja, ihr habt Zahnschmerzen. Und anstatt es einen Zahnarzt zu geben, werden ständig Schmerztabletten genommen. Das ist hier dieses Aste Münzen. Man versucht das zu verstecken. Hier auch der Page, der Schwert hat es umgekehrt gekommen. Das ist nicht echt. Was wäre denn ein erster Atemzug? Ein Startschuss, um diesen Mut aufzubringen. Was wäre das denn? Hier ist noch Platz. Ah ja, die Herrscherin. Interessant. Die Herrscherin ist ja die dritte große Arcana und hier bei dieser Karte ist die Quersumme auch drei. Ich kläre das schnell mal. Und die Hohepriesterin. Der erste Schritt. Ich habe den Eindruck, bei einigen geht es darum, dass die Erwartungshaltung oder der Wunsch da ist, das Gegenüber möge den ersten Schritt machen. Ja, weil wir haben hier Venusenergie und die Herrscherin, das ist auch eine Stierkarte. Hier bei diesen Münzkönigen ist auch Erdenergie, kann auch Stier sich dahinter verbergen. Möchtet ihr, dass das Gegenüber hier diesen Schlussstrich zieht, ein Ende macht und euch sozusagen die Sorgen abnimmt, diesen Schritt zu tun, weil wir haben hier die Hohepriesterin. Das ist ja deine Karte. Das ist so dieses im Verborgenen schon wieder. Geheimnis tun. Etwas nicht aussprechen wollen. Ja, weil Zehn der Schwerter, Neun der Schwerter ist sehr unangenehm. Das sind natürlich auch Kommunikationskarten. Kommunikationskarten. Da geht es um Gespräche, unangenehme Gespräche. Vielleicht handelt es sich, ja, bei einigen auch um ein Trauma innerhalb der Familie, was zur Heilung kommen möchte. Etwas mit der Mutter ehrlich besprechen, ehrlich ansprechen. Das Thema Schwangerschaft, Familiengründung, Fruchtbarkeit. Auf den Tisch bringen. Darüber ehrlich sprechen, schmerzhafte Gespräche, schmerzhafte Worte. Das wäre sozusagen der Startschuss. Es wirklich auch anzusprechen, das Unangenehme. Ja, aber ich sehe hier sehr viel Kraft, um sich da zu überwinden. Ja, weil das ist schon sehr unangenehm hier mit diesen Schwertern. Und hier mit der Hohen Priesterin der Wunsch, das doch im Geheimen zu behalten. Das nicht nach außen dringen zu lassen. Mit der Herrscherin kann natürlich auch eine sehr starke Kraft im Außen gemeint sein, ja, dass man sich Unterstützung von außen wünscht, Unterstützung seitens der Familie, um hier gewisse Sachen auszusprechen, anzusprechen. Vielleicht sollst du hier in diese Herrscherin-Kraft reinkommen, lieber Fisch. Und die Herrscherin, die hat ja alles. Die ist nicht abhängig von außen, die ist nicht abhängig von anderen. Die ist vollkommen und die hat so viel, dass sie auch mit anderen teilen kann, ohne etwas zurückzuverlangen. Die gibt einfach. Die gibt. So wie die Mutter dem Kind alles gibt, damit das Kind ja gut aufwächst, gut genähert wird, seelisch, wie auch geistig, wie körperlich, ja, so gibt die Herrscherin, ohne etwas zurückzuverlangen, aus einer Selbstverständlichkeit, weil sie hat ja alles. Sie hat ja auch so eine gewisse Ruhe weg. Vielleicht wünschst du dir, sozusagen, dich so zu fühlen, ja, so, diese, diese Freiheit zu haben, dich so zu geben. Fruchtbarkeit, genug haben, genug haben, um vielleicht auch alleine aufzubrechen, sich alleine auf den Weg zu machen, auch wenn der Weg dunkel ist. ja, liebe Fischer. Also, ich sehe hier dreimal definitiv einen Abschluss, ja, mit der Weltkarte, Zehn, das Schwerter, Rat des Schicksals und es geht sozusagen um diesen ersten Schritt, ja, um den Mut aufzubringen, ehrlich dazu zu stehen, was man möchte und, ja, dass man eben das, was gerade da ist, verlassen will. Ja, liebe Fische, ich hoffe, ich konnte euch hier irgendwo weiterbringen, euch weiterhelfen. Ich wünsche euch ansonsten noch eine tolle Zeit. Macht's gut und vielleicht bis bald wieder. Ciao. Ciao.